Kleines Ritual, bevor ich drehe. Ach, das war eben, Entschuldigung. Dann bin ich immer ein bisschen entspannter. Hallo, meine lieben Freunde da draußen. Heute habe ich Besuch von der Coco. Hallo. Und wir haben heute zwei Videos für euch. Und zwar hat Coco einfach den Goals-Instagram-Feed, finde ich. Und wir haben heute Instagram-Erwartung versus Realität für euch. Und bei ihr findet ihr auch ein Video. Ja, genau. Und zwar haben wir bei mir YouTube-Erwartung versus Realität. Also ganze zwei Videos, die ihr euch heute unbedingt anschauen solltet. Den Link findet ihr dann am Ende und in der Infobox. Also solltet ihr euch unbedingt ihr Video angucken. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Oh, ich schaue mal rein. Voll schön. Oh, wie cool. Wollen wir ein Foto machen? Ja, bitte. Lass uns mal jetzt machen mit der Hand nach hinten. Okay. Da sieht man die ganze Landschaft hier. Voll schön. Hallo? Okay. Oh. Oh, voll süß. Wir können uns sehr viel hinterher machen, dann haben wir es perfekt. Perfekt. Okay, das ist voll gut. Okay, steu dich mal da hin. Ja. Oh, hier? Ja, das ist ganz gut. Geben wir mal deine Hand jetzt. Achso, ja. Okay. Passt du das? Nee, ein bisschen mittiger. Ähm, hier? Nein, andere Seite. Oh, okay. So? Perfekt? Nee, dring um. Nee, ein bisschen weiter eindrehen. Oh Gott, das ist anstrengend. Ja. Du bist anstrengend. Das ist gar nicht so schwer, dich hier zu halten, Mann. Oh, das tut voll weh. Nein. Meine Schulter ist nicht ausgekugelt. Toll, hast du bescheuert geguckt? Guck mal, meine Haare. Echt? Erschütte meine Haare so. Ja. Du bist nicht mittig. Sag doch, wohin? Rechts, links? Äh. Mein Arm tut weh. Komm, nochmal. Wollen wir den anderen probieren? Warte, wir nehmen einfach beide. Ich glaube, das ist das perfekte Instagram-Foto geworden. Ich glaube, mein Instagram-Feed muss ich auch mal wieder aktualisieren. Was könnte denn hier ganz gut passen? Ich meine, die Decke ist ja schon mal schön. Hm. Ähm. Damit ich meinen rosa Instagram-Feed behalten kann. Hm. Ja. Ganz gut. Okay. Hm, nee, das sieht man irgendwie nicht. Ich packe die mal hier hin. Hm. Ja. Okay, das ist es. Das nehme ich. Das wird gepostet. Hey, willst du kurz ein Foto machen? Klar, ich mache mal schnell eins. Bitte lächeln. Ja, perfekt. Cool, danke schön. Vielen Dank. Oh, das ist ganz schön. Das finde ich cool. Willst du viel kurz sofort von meinem Aufblick machen? Ja, oder drei. Das kostet super. Oder fünf. Nein, oder drei. Das sieht perfekt. Sieht schön aus. Okay. Ähm, ja, machen wir das Bein irgendwie so ein bisschen anders. Machen wir, stehen wir einfach ganz gerade. Jetzt drehe ich mal so ein Stück so seitiger. Guck mal freundlich, mach nochmal irgendwas mit dem Arm. Oder dreh dich mal dein Oberteil. Das ist irgendwie doof, oder? Ja. Dreh dich mal so ein bisschen. Über die Schulter vielleicht? Okay, nochmal. Und das finde ich auch cool. Das ist cool. Ja. So ist gut. Lass du. Ich glaube, wir haben es. Das ist perfekt. Echt? Okay, zeig mal. Zeig mal her. Mega gut. Kommt schön soweit. Also ich finde, das kommt mir schon recht nah soweit. Hashtag no filter. Ach nee, warte mal. Das Bild passt ja gar nicht in mein Feed. Löschen. Oh, das sieht so gut aus. Ja, gefällt es dir? Ja. Ich bin jetzt so ein bisschen auf dem gesetzten Trip, deswegen dachte ich so ein paar Zucchini-Hudeln. Oh, ich mache kurz ein Foto. Ja, mach. Es sieht wirklich schön aus. Hashtag Instagram, Hashtag healthy life. So. Perfekt. Guten Appetit. Guten Appetit. Cheers. Cheers. Auf uns. Oh, das sieht so gut aus. Ja, gefällt es dir? Richtig gut. Ich bin gerade so ein bisschen auf dem gesetzten Trip, deswegen Zucchini-Nudeln und so. Es stört sich, wenn ich kurz ein Foto für mein Instagram mache. Nee, mach schnell. Komm, aber beeil dich. Das Essen wird sonst kalt. Okay. Von oben sieht es immer ein bisschen besser aus, ne? Bisschen schwierig. Okay, also steht jetzt ja auch schon ein bisschen länger, ne? Ich glaube es gleich. Die Farben kommen nicht so raus. Könntest du das vielleicht ein Stück, kannst du die Kugel da ein bisschen verschieben? Okay, danke. Nee, war schon mal kurz. Irgendwie mag ich das nicht. Ich fütze das vielleicht einfach schon mal an. Oh, das finde ich gut. Hallo. Nein, nein, nein. Du machst mein Bild kaputt. Tu es mal, mach sauber und leg es wieder daneben. Du machst mein Bild kaputt. Hände wüte aus dem Bild. Soll ich vielleicht auch noch aufhören zu atmen? Das Essen aber gleich kalt, Kathi. Naja, gut. Irgendeins wird dabei sein. Ja, dann trotzdem. Dann guten Appetit, ne? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr einen Instagram-Feed habt oder nicht. Weil ich habe keinen. Und ich versuche es. Du versuche es. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare und vor allem welche Farbe oder wie ihr das so macht. Ich finde das ganz spannend. Und schaut euch auf jeden Fall Kokos Video an. Das verlinke ich euch hier unter ihrem Kinn. Und ihr solltet sie natürlich auch abonnieren. Logischerweise. Danke. Und schaut in die Infobox. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.